Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Evolve. Diesmal darf ich das Monster spielen und mit dabei ist der Darlucat, der Early Boy, Grabs Ron und der Grant. Moin. Ich muss ja gleich mal was zu babbeln suchen hier. Ach, wir haben ja wieder Lazarus. Ne, ich hab keinen anderen. Das ist eine verdammt gute Frage. Ich bin kein Arzt, aber ich weiß, dass es viel effektiver ist, die Krankheit zu behandeln als das Symptom. Da unten ist er lange. Da sehe ich ihn doch. Habe ich gesehen? Da läuft er. Oh, da ist er einmal im Kreis gegangen. Ist er gar nicht. Oh fuck, ich bin abgestürzt. Ich sehe mir das genau an. Der ist doch da vorne bei euch. Ja, ich habe ihn auch hier lang gesehen. Das war ja kein Scherz. Oh, hier ist ein easy Buff. Das gibt eine nette Trophäe. All Creatures Visible. Wow, geil. Ja, geil. Ich glaube links ist er zu Rance gerannt. Ich glaube, du musst ihn sehen durch die Wand, oder? Achso, die Drohne hat das nicht gekriegt. Du hast ihn ja auch nicht gelootet. Ja. Wir können jetzt Kreaturen innerhalb von 40 Yards solche Wands sehen. Aber hier bei mir sind keine Fußabdrücke. Nein! Hilfe! Hier bei mir sind aber ganz viele Fußabdrücke. Nein! Du hast dich gerettet, Early. Oh, du wurdest danach von einem anderen Monster gekillt. Warte, ich komme. Ich lenke es ab. Nee, er will Early fressen. Ich will Early fressen. Ich will Early fressen. Warte, du konntest doch immer die Monster sehen. Ich habe die Pflanze habe ich nicht gesehen. Die sieht man auch. Er hat den Buff nicht aufgehoben, oder? Doch, hatte ich. Warte, warte, warte. Hier liegt die Leiche. Und Manus schnabuliert schon wie ein Weltmeister. Macht dann nix. Steh auf! So, danke, danke, danke. Hallo? Erhebe dich! Die Monkeys and Wheels! Habt ihr ihn entwischen? Nee, wir mussten uns ja um dich kümmern mit zwei Leuten. Da hat er die Dinger aufgeschreckt. Das Monster hat die Tiere aufgeschreckt. Ich war so nah dran schon. Er evolved. Hab ihn euch markiert. Schnappt ihn euch. Ja, ich bin auch da zu markieren. Hab ihn auch markiert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh, er hat nen Kletterbonus. Jetzt wirds schwer. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Wir wollen vier Rücken nicht vergessen, ne? Ja. Oh. Das Ding ist geschmeckt. Oh, er wirft den Stein, der Puehle. mit dem ich das nicht verletzt habe. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Da, der Meckmann ist der Rentefall. Das ist mal weiter hier. Das müssen wir. Die Drohnen hören sich übrigens an wie so eine, der Pieper an der Kasse. Da haben sie... Ja. Wer hängt hier denn? Haben sie mit dem Mikrofon unter der Kasse gehangen und aufgenommen. Oh, auf die Entfernung, habt ihr gesehen? Was ist mit deiner Panzerung passiert? Was ist mit deiner Panzerung, hä? Die ist grad nicht verfügbar. Da vorne chillt er. Nein. Ja, ich hab mittlerweile raus, wieviel Meter das war. Und da ich ja durch die Wand nehme, wieviel Meter von mir weg ist, kann ich... Hat er erst mal das Wic-Aimel! Jetzt will er mich wieder töten, damit der Cage weg ist, der Bengel. Oh, er will mich rasten. Lazarus! Ja, warte, warte. Ja, er steht aber schön still, kriegt die ganze Nummer täten. Ich bin auch nicht tot, Leute. Ich weiß. Dann ist auch wir. Deswegen wartet, Craps. Hab ihn! Ja, eigentlich hätte ich die sterben lassen müssen, damit ich Punschen bekomme. Nein, hier hätte ich schon einen Tod. Dann hat das Punkte doch egal, oder? Nee, die Punkte, die ich benötige, sind nur, wenn ich Tote wieder will. Nur ganz Tote. Dann hätte ich aber schon einen Tod. Ja, ich weiß. Ey, hier geblieben, Boy! Da hat er noch eine Rakete gefressen. Nein! Und der Ali hängt wieder. Komm schon. Ich geh mal zurück. Ich häng auch hier links. Dalu, kannst du einmal schießen? Ich geh mal zurück. Also, ich weiß ja, die Pflanzen. Entweder bin ich einfach blind, oder... Oh Gott, ey. Ist das aufregend? Ist das so aufregend? Aber wir wissen, wo das ist. Boah, Alter. Early kämpft gegen den gesamten Planeten, ey. Ja, aber nicht gegen das Monster. Oh, das war die Wand. So, dass ich einen Erfolg bekomme... Das ist eine Wand. So, dass ich einen Erfolg bekommen habe, befreier. Oh, Grabst du's nicht. Der Anus. Wo ist unser Team? Wo ist der Damage? Ja, wir sind nicht da. Ich musste Early befreien. Tut mir leid. Was? Das sollte es auch, da. Dafür belebst du mich immerhin immer wieder. Was? Ange. Ich bin jetzt da. Ah, da steht direkt Korb hier. Ich hab ihn grad gewucht. Deine Leiche. Ich glaub ich, die Krippe runtergefallen. Ja, ist sie sogar. Da unten. Jaja, aber er will jetzt mich. Ich liege. Wenn mich keiner wiederbelebt, sind wir seit dir am Arsch. Reihlung ist jetzt möglich. Ja, wir leben aber alle wieder. Ich kann jetzt nochmal mit Mega-Damage angehalten. Der hat keinen Schild mehr. Ich kann den One-Hit. Ja, ich bin ganz down. Gut gemacht! Ich muss abhauen, Early. Drück die vier, Early Bob. Hab ich doch gerade getan. Ich hab das Schild angehabt. Early, wenn alle down sind, mussten weglaufen. Und nicht kämpfen. Ihr habt eben gesagt, oh, ich leb alle. Ich wohn hütte ihn jetzt. Das war doch nur geblüfft, damit er abhaut. Hast du gesehen, dass ich tot bin? Das weiß ich doch nicht. Das steht doch. Das steht nicht links. Ich wollte einfach nur, dass er abhaut vielleicht. Boah, ich mach so wenig Scham mit dem Raketenwerfer. Ach, krass. Uiuiui. Habt ihr mich schön die Wolfen lassen am Anfang. Early und nicht die ganze Tür anschießt. Einfach nur wegspringen. Early, hast du das Monster überhaupt gesehen aus am Ende? Weißt du, welches Monster er gespielt hat? War er nicht dieser Krebs, oder? Ich müsste das Ramma machen, sonst kriege ich die anderen Monster nie. Ja, aber schöne Runde. Ich muss mehr Raketen verschießen. Hilfe, ein kleiner Affe frisst mich. Hilfe, mein Bein hängt in irgendeiner Schlinge. Hilfe. Aber wenn ich ja sold bin, dann kriege ich jedes Mal ihren Anschiss. Voll geil. Voll geil. Aber, aber, aber. Bin ich aber immer schön, aber ihr seid immer hinter mir her. Das ist ja unfair. Ah, das eine Mal, wo du die Kuppel gesetzt hast, das war H genau. Also das hat... Ich hab ja gesehen, wie viel Meter du weg warst. Ich wollte gerade abspringen, da sie vor meiner Fratze runtergeklappt. ... 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